Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Endlich ein bisschen Bewegung bei Bitcoin. Wir haben einen Long Trade getriggert. Welchen? Das werden wir uns jetzt gleich im Update-Video anschauen. Und wie jetzt der weitere Fahrplan ist. Ist es möglicherweise Bullish oder Bearish, dass auch jetzt diese Long Position abgeholt wurde? Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Natürlich auch einen Blick auf Ethereum. Und sorry nochmal für gestern. Gestern gab es kein Update-Video. Es hat sich einfach nichts getan. Deswegen jetzt heute vielleicht ein bisschen länger und vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicherer Blick. Auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst dem Video doch wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Schon wenn ihr Bock habt auf Updates, News und natürlich auch Trading-Signale, so wie gestern, schaut gerne vorbei. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und natürlich alles komplett for free. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein in die Analyse. Wir traden momentan knapp wieder über der 30.000 US-Dollar-Marke. Ihr seht schon hier unten dieses Setup 26.670. Das war gestern mein Entry. Ich habe es dann gestern noch ganz, ganz schnell in die Telegram-Gruppe reingehauen, so dass ihr vielleicht 20, 30 Dollar irgendwo so um den Dreh vielleicht später rein seid. Aber trotzdem, ich habe es gestern ganz, ganz schnell versucht. Es hat schon seinen Grund gehabt, warum ich hier gesagt habe, keine Limit-Orders. Weil die Range mir hier ein bisschen zu groß war. Wir sind ja gestern, ja, Nachmittag, Vormittag, Nachmittag, ja, doch, es war, glaube ich, eher Nachmittag, so um die 29.900 gewesen. Da habe ich schon mal so ein bisschen gezuckt, habe mir gedacht, okay, doch jetzt da schon rein. Habe es dann aber gelassen, hat einfach den Aspekt gehabt, wir haben ja die letzten Tage auch immer wieder darüber gesprochen, dass vor allem eben ich sehen möchte, das hatten wir, glaube ich, am Sonntag im Wochenausblick auch so, dass wir hier eine Bullish Divergence reinkriegen. Die haben wir auch mini, minimal dann reinbekommen in den größeren Timeframes. Schauen wir uns mal auf einen 4-Stunden-Timeframe. Da war es nicht, aber auf einen 1-Stunden-Timeframe war das eben so. Und ja, das haben wir dann bekommen, wir haben das tiefere Tief reinbekommen, um die Liquidität einerseits hier abzugreifen, das war das Wichtige, und natürlich auch hier dieses Tief. Also die 29.900 bis ungefähr 29.690, das waren so die zwei Dinger, wo ich sagen würde, okay, das ist perfekt für einen Long. Dann sind wir gestern abverkauft worden, wir haben das Tief hier raus, habe dann nur noch ganz schnell einfach das Setup, deswegen ist das Setup auch nochmal ein bisschen bearbeitet, einfach nochmal ein bisschen ausführlicher gemacht, habe es dann ganz, ganz schnell in die Gruppe gehauen, wo ich gesagt habe, okay, mein Entry war 29.670, wie gesagt, kurze Zeit später, dann gleich in die Gruppe gepostet. Einen zweiten Entry auf 29.4, der hat sich aber mittlerweile erledigt, weil wir Take Profit 1 erreicht haben. Der erste Take Profit war dann bei 30k gelegen, hat einfach den Aspekt gehabt, ich wollte hier diese Ineffizienz nochmal füllen. Der Kurs ist dann sogar noch ein bisschen höher gegangen, auf 30.284, leider damit auch, das wäre nämlich dann eine zweite Take Profit gewesen, hier die 30.3, die hat er leider nicht mehr abgeholt und wir haben auch kein höheres Hoch gemacht. Deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein, trotzdem der Stop Loss jetzt erst einmal bei mir auf Entry und was ich jetzt erwarte ist, wir ziehen jetzt hier mal ganz kurz das FIP-Level, da sehen wir auch, okay, diese Marke von eben diesen 29.900 US-Dollar, die wir die letzten Wochen immer, immer, immer wieder angetestet haben, dort liegt das Golden Pocket, das heißt, wir könnten jetzt schön, keine Ahnung, was das jetzt ist, wir könnten jetzt hier schön das Swing Failure Pattern nochmal durchziehen, genauso wie wir es hier jetzt schon öfters hatten, dann nochmal hier die Bestätigung reinbekommen, das heißt, hier in diesem Bereich 29.900 US-Dollar und dann ein höheres Hoch. Und dann bleibe ich weiterhin so bei dem Ziel, deswegen haben wir auch die Take Profit so gelegt, einerseits die 30.300 US-Dollar, das heißt, hier diese Widerstandszone, die wir jetzt gestern oder heute Nacht dann halt schon erfahren haben und dann wäre der nächste Step Maximum und das sehe ich jetzt erstmal, da waren wir uns auch gestern dann in der Gruppe ziemlich, ziemlich einig, was ich so mitbekommen habe, ist so diese Marke maximal 31.000 US-Dollar. Wir ziehen aber auch hier nochmal ganz kurz das FIP-Level, das heißt, von unserem Abverkaufslevel bis zu unserem Dump-Level, wenn man das noch so nennen kann, da wird hier die Marke von 30.700 Punkten US-Dollar interessant, deswegen hier dritter Take Profit. Die 31K sind aber so für mich so ein bisschen der Trendwende-Bereich und dort werde ich dann sehr, sehr wahrscheinlich auch in den Short reinhatchen. Das heißt für uns, Stop-Loss-Entry, erster Take Profit getriggert, zweiter dann eben bei diesen 30.300 US-Dollar, bleibe ich dabei und den dritten dann kurz vor dem Golden Pocket. Eventuell werde ich dann hier schon Short reinhatchen, ich bin mir aber hier ehrlich gesagt noch ein bisschen unschlüssig, ich möchte nur die ersten drei Take Profits einfach safe haben und dann wie gesagt entweder am Golden Pocket oder dann erst hier oben bei den 31.000 US-Dollar. Dort möchte ich dann spätestens im Endeffekt den Short machen, das heißt der Short wird dann 50% von der Normalgröße, die wir noch bei dem Long offen haben, wird dann hier der Short sein, sollten wir nicht vorher jetzt ausgestoppt werden, was ich derzeit nicht hoffe. Ansonsten ist immer noch die Möglichkeit, hier nochmal bei 29.400 US-Dollar eine Long-Position einzugehen. Momentan läuft, schauen wir mal, wir brauchen aber unbedingt, oder es muss diese Marke von 29.900 US-Dollar, muss halten, damit wir hier auf jeden Fall weiter nach oben jumpen können. Aber es sieht momentan nicht schlecht aus und wie gesagt, wir haben hier oben noch eine Ineffizienz, die würde ich gerne gefüllt haben, bevor wir dann möglicherweise wirklich nochmal ein deutliches, deutliches Leg-Up nach unten hinkriegen, Richtung 28.800 oder 28.400 US-Dollar. Aber das steht alles noch in den Sternen, warten wir erst einmal noch ein bisschen ab. Ansonsten, auf Daily-Sicht gibt es wenig zu meckern, kein tieferes Tief, wir haben nur die Liquidität hier wieder mal ein bisschen drunter abgegrast, aber kein tieferes Tief bekommen, eigentlich schöner Daily-Close. Und ansonsten, ja, RSI korrigiert weiter, wir sind schon wieder im 50er-Bereich, eigentlich schön durch so eine riesige Seitwärtsphase auch hier diesen RSI korrigiert zu bekommen. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier, ja, wurde auch die grüne Zone erreicht, beziehungsweise die zweite grüne Zone. Man muss ja fairerweise sagen, die habe ich jetzt wieder rausgenommen, das war, wir hatten die erste, hatten wir hier in diesem Bereich, das war mir aber dann schon mittagsklar, dass die einfach durchfällt. Das hat einfach den Aspekt gehabt, wir waren mittags schon an dieser Zone, wo Bitcoin hier gerade mal bei 29.900 war, dann wird, wenn Bitcoin Richtung 29.600 geht, diese Zone hier auf jeden Fall nicht halten. Habe ich mich dann auch nicht mehr in den Long reingetraut, das war mir dann einfach ein bisschen zu heikel. Ihr seht hier das Setup, war mir trotzdem ein bisschen zu heikel, sollten wir hier auch nochmal runterkommen. Und zwar, das gleiche Spiel wie bei Bitcoin jetzt gerade, wir ziehen uns das FIP-Level, schauen an, wo liegt unser Support, würde perfekt passen, hier mit dieser größeren Candle, bei ungefähr 1.890 US-Dollar. Das ist so momentan gerade mal so mein Zielbereich, wo ich sagen würde, okay, wir könnten nochmal ein kleines Setup probieren, hier eine kleine Long aufzumachen, mit relativ tightem Stop-Loss, das heißt, wahrscheinlich sogar unter diesem Tief hier Maximum, und das wären trotzdem 1%, wobei wir dann wahrscheinlich auch gleich ein bisschen tiefer gehen, dann wären es halt 1,5%. Aber das ist so momentan noch die Idee, andererseits, wir haben keinen Druck, wir haben Bitcoin laufen, wir müssen nicht unbedingt hinterherjumpen. Aber wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen das Risk-Reward angucken, würde es sich halt theoretisch einigermaßen lohnen. Also wir wären hier wieder bei 1,3, ungefähr, bis zu dieser Ineffizienz da oben, wo dann die Short warten würde. Und momentan gehe ich einfach mehr so, oder versuche ein bisschen zu hatchen, das heißt, sollten wir hier einen Long reinkriegen, werde ich auf jeden Fall auch hier oben dann eine Short probieren, damit wir hier in beide Richtungen irgendwie mal ein bisschen abgesaved sind, und dann in beide Richtungen natürlich auch die Bewegung mitnehmen können. Also das ist momentan so weiterhin der Plan, das hat sich schon über die letzten Tage ja immer so ein bisschen bei mir rauskristallisiert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und daran hat sich jetzt auch nichts geändert. Also trotz jetzt dieser Bewegung wird sich daran nichts ändern, ich gehe weiterhin davon aus, dass wir hier nochmal hochgehen, die Ineffizienz zumindest schließen, und hier oben wird es sich dann entscheiden, wie die Reise im Endeffekt dann weitergeht. Am FIP-Level auch mal hier noch ganz kurz ziehen, vom Abverkaufslevel schauen wir auch mal ganz kurz, hat sich auch wenig geändert, 0,786er ist die Ineffizienz, Golden Pocket mitten dazwischen, aber das Golden Pocket würde ich nicht shorten. Also so mittendrin, wahrscheinlich sogar sehr, sehr mittendrin, prozentual, ja, würde sogar passen, genau in der Mitte, das Golden Pocket in einer Ineffizienz zu shorten, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, da warte ich lieber auf das 0,786er, auf die Ineffizienz, und lege dann hier, wie in dem Beispiel hier oben, jetzt im Endeffekt genannt, den Stop-Loss da drüber, mit 1,7% Risk. Ja, das war es jetzt erst einmal dazu, ansonsten, wenn wir mal kurz einen Überblick haben, Gold kaum bewegt, die XY kaum bewegt, Euro, US-Dollar kaum bewegt, den könnt der, wobei Euro, US-Dollar heute noch interessant wird, also da erwarte ich heute auch noch einen Short, kommt vielleicht noch in die Gruppe, behaltet das auf jeden Fall im Blick, ihr seht hier oben schon die Marke von 1,127, gerne mal im Blick behalten, und ansonsten, war es das wieder für das heutige Update-Video, wir, ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Video schaffe, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber ansonsten, vielleicht bis heute Nachmittag, und ja, Like da lassen, Abo da lassen, und wie immer, Telegram-Gruppe joinen, würde ich mich darüber freuen, wenn euch ein paar da rein joinen, und ja, wir hören uns dann, spätestens morgen wieder, bis dahin, ciao, ciao, und wie immer, stay good.